So, wieder mal Rantime. Und ja, die heutige kam quasi frei ins Haus, nämlich die Deutsche Telekom mit ihrem All-IP. Ja, wem das nichts sagt, die Telekom möchte bis, ich glaube, 2015, 16, 17, wie auch immer, alle analogen und ISDN-Anschlüsse in Deutschland abschaffen. Das heißt, den normalen Telefonanschluss gibt es dann nicht mehr, lediglich Internetanschlüsse und dann ein VoIP dahinter. Hintergrund von der Telekom ist halt, ja, die Betreiber der Infrastruktur, das müsste großteils, glaube ich, Ericsson sein und eventuell noch Alcatel-Lucent oder so. Ich glaube, die hängen da teilweise auch noch drin bei der alten Vermittlungstechnik und ja, die haben halt die Wartungsverträge gekündigt. Das heißt, die Telekom kriegt keinen Support mehr für diese Geräte, die die Telefonie entsprechend im Festnetz hin- und herrouten. Und das ist natürlich für die Telekom ein kleines Risiko, weil, ja, wenn man das Ding nicht reparieren kann, stehen sie ohne Netz da. Von daher haben sie nicht viel Ausfall. Aber das hilft jetzt uns als Verbrauchern im Prinzip nichts bei der Problemstellung. So, die meisten von euch, die das hier hören, werden das wahrscheinlich ohnehin schon haben. Denn, ja, in den letzten Jahren gab es quasi nur noch VoIP von allen Anbietern. Das ist für viele Privatleute sicher akzeptabel, wenn die Technik funktioniert. Aber, naja, das WENN haut gerade richtig rein. Die Deutsche Telekom hat seit, ich glaube, über einem Monat inzwischen Probleme, Telefonie wirklich stabil hinzubekommen. Da ist teilweise mal stundenlang das Telefon dann einfach mal tot. Und, ja, die Hotline empfiehlt dann Router neu starten. Und, ja, dann ansonsten muss man halt warten. Ja, privat mag das so schön sein, aber in der Firma möchte ich das nicht tun. Weil, wenn ich da mehrere Stunden weg bin vom Telefonnetz und Co., da gehen mir so ein paar Aufträge doch durch die Lappen. Im Geschäftsumfeld treibt es die Telekom im Übrigen auch auf die Spitze. Also, im Privatkundenbereich ist es ja üblich, dass man immerhin einen Router bekommt, der dann am Ende analog und eventuell sogar ISDN rausschmeißt. Geschäftskundenumfeld konnte die Telekom, jedenfalls auf meine Nachfrage hin, unser lokaler Herr, keinen Adapter anbieten, der zwischen VoIP und PRI, also einem Primär-Multiplex-Anschluss mit ISDN, umsetzen kann. Auf gut Deutsch. Man wird also gebeten, die geschäftliche Telefonanlage mal eben auszutauschen, weil, ja, wir machen halt nichts anderes mehr. Und, äh, das ist im Übrigen keine technische Beschränkung. Also, ich habe schon irgendwo von einem anderen System ein Voice-over-IP auf PRI-Umsetzer da liegen. Und der funktioniert fehlerfrei. Also, die Technik wäre da. Aber gut, äh, das soll jetzt auch mal nicht so ganz das Thema sein. Nein, ich möchte allgemein mal über dieses ganze VoIP-Gedön so ein All-IP herziehen. Und zwar aus einer etwas anderen Sichtweise, die viele ein bisschen, ja, quasi übersehen. Denn ich höre immer nur Gutes, wenn ich da irgendwie mit VoIP anfange. Ja, das ist doch so toll. Und, äh, ja, ich bin dann irgendwie immer der einzige Kritiker, der deswegen mal hier so zusammengefasst, was ich da dran auszusetzen habe. Aber fangen wir erstmal an, was bringt uns denn VoIP? Bringt uns VoIP überhaupt Vorteile? Ja, auf den ersten Blick. Na klar, VoIP kann uns Vorteile bringen. Je nach Anbieter sind die ein bisschen gekappt. Aber das ist halt keine technische Beschränkung. Das ist einfach nur, Danny ihre nette Abteilung, die entsprechend Limits draufsetzt. Der erste Vorteil bei VoIP wäre natürlich, ich habe quasi unendlich Leitungen. Über einen normalen, heutigen DSL-Anschluss kriegt man doch einige Gespräche drüber. Und das Ganze, da auch üblicherweise bessere Codecs zum Einsatz kommen können, in einer wesentlich besseren Sprachqualität, als man das jetzt aus ISDN- oder Analognetzen gewohnt ist. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Die Probleme liegen eher in der Art, wie die Technik aufgebaut ist. Momentan ist ein analoger Anschluss oder ISDN-Anschluss so, dass ihr daheim eure Anschlussdose habt, bei ISDN noch ein NTBA und euer Telefon. Das war's. Die komplette Vermittlungstechnik sitzt quasi beim Anbieter. In den entsprechenden Verteilerkästen und entsprechend in den Ortsnetzverteilern etc. Mit VoIP sieht das ein bisschen anders aus. Ihr braucht unbedingt einen Internetanschluss, ihr braucht unbedingt einen Router, ihr braucht unbedingt einen Adapter. Beziehungsweise heutzutage meistens sind die Adapter in den Routern drin. Und dann geht's schon los. Nun, um den Router zu betreiben, brauche ich erstmal in der Nähe von meinem Telefonanschluss eine Steckdose. Das Ding zieht ständig Strom und den muss ich bezahlen. Und nicht nur, dass ich ihn bezahlen muss. Ich habe auch direkt das nächste Problem, nämlich wenn Stromausfall ist, ist mein Telefon tot. Das ist heute üblicherweise nicht so, weil die Anbieter sind meines Wissens immer noch verpflichtet, mindestens für x Minuten lang Notstrom bereitzustellen. Allein schon um Notrufe halt zu ermöglichen. Weil, naja, wenn der Strom bei euch ausfällt, weil gerade so ein Stockwerk unter euch etwas brennt, habt dann ein Problem. Über euren Festnetzanschluss kriegt ihr den Notruf schon mal nicht raus. Und, naja, wer schon mal Notruf vom Handy abgesetzt hat, die kommen manchmal ein bisschen an der falschen Stelle raus. Also, hm. Auch interessant ist es, wenn ihr in irgendeinem Mehrfamilienhaus oder so seid, weil, naja, da gibt es in den meisten Fällen einen Aufzug. Und wenn ich jetzt einfach mal hier in meine, bla, was ist es, DIN EN 8128 Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen gucke, dann steht da etwas drin von, bei einem Stromausfall wird die Notrufanlage mindestens eine Stunde lang weiter mit Spannung versorgt. Na, ob jeder Hausmeister da extra im Keller eine USV einbauen wird, die eine Stunde lang durchhält. Hm. Auch, naja, guckt euch mal an, wie so ein Router hält. Was der an Pflegeaufwand kriegt. Wenn ihr einen Router von der Telekom oder so bekommt, den könnt ihr im Prinzip schon mal in die Tonne treten, weil das ist qualitativer Müll, um es mal ganz direkt zu sagen. Die haben ein eingeschaltetes WLAN, die haben meistens irgendwelche Standardpasswörter, die jetzt nicht unbedingt so kompliziert sind. Das möchte man nicht betreiben. Das wird auf Dauer wahrscheinlich teuer werden. Dann muss man regelmäßig Sicherheitsupdates einspielen. So hängen sich ab und zu mal auf. Da muss man neu starten. Aber überlegt einfach mal, wie oft euer Router irgendwie die Grätsche macht, weil er mal wieder sich irgendwo verschluckt hat und wie oft euer Telefonanschluss nicht funktioniert hat. Also, ich weiß nicht. Bei mir ist da so eine gewisse Diskrepanz. Und, naja, ich habe eigentlich einen selbstgebauten Router. Das heißt, der hält deutlich länger durch als das, weil die kommen in Plastikkisten, die sonst so hingestellt werden. Also, wenn ich mir die Plastikkisten angucke und, naja, da habe ich so ein bisschen was, was ich da genötigt bin zu betreuen. Also, die sind quasi im Wochen- bis Monatsrhythmus weg. Wir kennen das. Aber jetzt stellt euch mal irgendeine ältere Dame vor, die mit 80, 90 Jahren daheim ist und ab und zu mal mit ihrer Enkel sprechen will. Die möchte sich nicht um die Pflege eines Routers kümmern. Und ich bin mir sicher, der Enkel hat da auch keine so große Lust drauf. Also, vor allen Dingen, wenn halt größere Strecken dazwischen sind, das ist überhaupt nicht machbar. Und wenn wir gerade bei der Oma sind, also solche älteren Mitbürger, die haben auch gerne mal ein Hausnotrufsystem. Das ist so ein schöner Knopf, den kann man drücken und dann kommt entsprechend der Rettungswagen. Zum Beispiel, wenn sie irgendwo sich auf die Schnauze legen und von selber nicht mehr hochkommen. Weil, wie gesagt, es ist nicht unbedingt gewährleistet, dass immer irgendwie ein Familienmitglied daneben sitzt. Und, oh, wenn da mal irgendwie was Größeres ist und der Anschluss ist für zwei, drei Stunden nicht erreichbar. Hm, ob sie das überleben, steht auf dem anderen Blatt. Und dieser ganze Pflegeaufwand, den hat vorher die Telekom gestemmt in ihren entsprechenden Verteilerzentren. Der wird jetzt quasi bei der Telekom einfach mal ausgelagert und wir sollen den übernehmen. Ja, toll. Riesenvorteil. Aber gut, dafür ist es ja dann drei Euro billiger als der vorherige Anschluss. Ja, super. Für drei Euro im Monat so ein Ding zu pflegen, ist ein ziemlich mieser Lohn. Also, da kriegen andere Leute mehr. Auch interessant ist das Ganze natürlich in Gegenden, wo es jetzt nicht so berauschend aussieht. Also, ich meine, wir haben immer noch sehr, sehr viele, sehr, sehr große Flecken hier in Deutschland. Und, na ja, wenn ich mir mal hier anschaue, ich habe jetzt hier beispielsweise bei mir im Ort und ich bin auch an der Stelle, wo es relativ gut ausgebaut ist, satte zwei Megabit. Die zwei Megabit sind aber natürlich nur Download. Beim Upload sieht das schon ein bisschen dünner aus. Das sind, ich meine, 192 Kbit bei DSL 2000. Ja, dadurch, dass die Analogbandbreite jetzt bei DSL noch mit reinkommt, könnte man da theoretisch noch ein bisschen mehr rausholen. Aber rechnen wir jetzt erst mal mit dem Wert, der bis jetzt halt feststeht. Boah, gut. Gehen wir mal von HD Voice aus und ich gehe mal davon aus, dass HD Voice jetzt der stinknormale G722 Codec ist, dann reden wir von 64 Kbit pro Sekunde. Das heißt, mit etwas Glück, wenn wirklich die komplette Bandbreite, die versprochen ist, verfügbar ist, könnte ich hier drei Gespräche gleichzeitig führen. Es wird nicht die gesamte Bandbreite da sein, also zwei. Wo ist mein Vorteil gegenüber meinem jetzigen ISDN? Lasst mal überlegen, nicht vorhanden. Und ich rede, wie gesagt, hier von einem gut ausgebauten Stück. Also ein paar Meter weiter ist überhaupt kein DSL verfügbar. Was sollen die denn machen? Über Mode im VoIP? Das hat damals sehr, sehr gut funktioniert. Oh, sorry, meine Bandbreite war wohl gerade aufgebraucht. Aber wohlgemerkt, diese Bandbreite, die ich zum Telefonieren brauche, die geht natürlich von meiner Bandbreite, die ich dann noch fürs Internet nutzen kann, in der Zeit ab. Also, wir wollen ja nicht übertreiben. Das heißt also, im Prinzip soll ich auch noch dafür bezahlen, dass die mir weniger zur Verfügung stellen, weil ich habe ja plötzlich weniger Bandbreite effektiv verfügbar. Ja, toll. Das ganze VoIP funktioniert auch gut, wenn das Netz das mitmacht und die Technik in Ordnung ist. Also ich bin zum Beispiel beruflich, habe ich da auch mehrere hundert Nebenstellen, die irgendwie per VoIP angebunden sind. Da ist aber dann auch eine entsprechend reservierte Bandbreite da. Da ist eine eigene dedizierte Leitung, je nachdem da. Es sind alles Geräte, die bekannt sind, dass sie halbwegs zusammenspielen und sich an die Standards halten. Und vor allen Dingen, es sind keine Plastikkisten dazwischen, weil ich habe eben schon auf den Routern drauf rumgedröscht. Das ist halt heute versuchen, die da alles Mögliche reinzupacken, vom Medienserver, über Telefonanlage, bis hin zum Router und wahrscheinlich noch, keine Ahnung, VPN und alles. Und das Ganze auf einer etwas dünnen CPU mit etwas sehr viel wenig RAM. Auf einem System, was irgendwie der Anbieter mal so in der Mittagspause geschrieben hat. Und ja, wenn man dann zwei Sachen gleichzeitig macht, dann stockt es. Und wenn man dann das dritte ansetzt, weil man den Telefonhörer abhebt, dann ja, bitte starten Sie neu. Also zusammengefasst, für mich, Voice over IP ist eine schöne Sache, aber die Telekom hat ihre Techniknummer nicht im Griff und die anderen Netzbetreiber genauso wenig. Wir haben immer noch nicht flächendeckendes Breitband. Das heißt, diese ganzen Voice over IP Sachen sind in großen Teilen des Landes, also zumindest mal flächenmäßig gesehen, überhaupt nicht wirklich nutzbar, weil die Leitungen so verkrüppelt sind, so langsam sind oder so unzuverlässig sind, dass da überhaupt nicht dran zu denken ist, überhaupt eine Voice over IP Verbindung aufzubauen. Wir haben die Tatsache, dass die komplette Komplexität oder ein Großteil der Komplexität des Telefonnetzes statt in der Vermittlungsstelle jetzt bei uns im Keller steht und wir sollen uns drum kümmern. Und ja, als Sahnehäubchen gibt es dann noch obendrauf, dass uns wahrscheinlich auch noch die Zugangsdaten großteils vorenthalten werden. Das heißt, wir sind noch nicht mal in der Lage, die verkrüppelte Hardware, die uns geliefert wird, gegen was Vernünftiges auszutauschen. Und ja, in der Form, also momentan habe ich hier wie gesagt noch ISDN. Wenn die Telekom ankommt und möchte mir das ISDN wegnehmen, dann können sie den Rest direkt mitnehmen, weil was will ich hier mit einem Anschluss, der im Prinzip nichts kann. Klar, ich könnte den DSL-Anschluss weiterlaufen lassen und darauf Voice-over-IP. Nur ganz ehrlich, ich habe ja noch einen Kabelanschluss, der ist bedeutend schneller und ich kann jetzt nicht behaupten, dass der wesentlich mehr Ausfälle hätte, als die krummier-wackelige DSL-Leitung, die hier so gerade so noch über die alten Kupferkäbelchen drüber tröpfelt. Ja, ich bin ja mal gespannt, schreibt am besten mal eure Meinung, was ihr von diesem ganzen Voice-over-IP-Umstellung haltet. Seht ihr das für euch als Vorteil, weil er sagt, okay, ich betreue die Sachen ja eh schon, für mich zählt es halt, dass ich mehr Leitungen habe, höhere Qualität habe. Oder seht ihr es genauso, wie ich es jetzt momentan sehe, dass es im Prinzip nur mehr Aufwand für mich wäre, das Ganze zu pflegen. Vor allen Dingen mache ich mir gewaltige Sorgen um irgendwelche, wie gesagt, Leute, die überhaupt kein Internet bis jetzt haben und da gibt es noch einige, die einfach nur telefonieren wollen. Und ja, also meine Empfehlung an die Leute ist im Moment schlicht und ergreifend, schmeißt das Telefon weg, holt euch ein Handy, weil ja, Telefonie zu betreuen mit so Router und Co., das ist wesentlich aufwendiger, als da den Leuten beizubringen, okay, das hier ist euer Telefon, das hat jetzt halt nur keine Kordel mehr. Oder am besten, ne doch, das Ding hat eine Kordel, weil das Ding hängt immer am Ladegerät, ist da am besten auch mit ein bisschen Heißkleber festgemacht, dass sie doch nicht rausziehen können und dann klappt das Telefon auch die meiste Zeit. Also, wenn ich mal so nachdenke, ich glaube, im Mobilfunknetz hatte ich bis jetzt weniger Störungen als im DSL, von daher, wie gesagt, schreibt eure Meinung mal drunter, vielleicht habt ihr ja noch ein paar andere Blickwinkel, die ich jetzt überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte und bis zur nächsten Rent-Time hier.